Samja Osman ist ein deutscher Theater- und Filmschauspieler. Leben Samja Osman absolvierte von 1994 bis 1998 ein Schauspielstudium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlin. Während seines Studiums spielte er bereits an verschiedenen Berliner Bühnen, etwa am Maxim-Gorki-Theater und am Berliner Arbeiter-Theater. Vor Abschluss seines Studiums folgte 1997 ein dreijähriges Engagement am Schauspielhaus Bochum unter der Intendanz von Leander Hausmann. Osman übernahm während dieser Zeit auch Rollen im Film und Fernsehen. Neben Rollen in Folgen von Serien wie Balco, Alarm für Cobra 11 oder Der Clown spielte er kleinere Rollen in mehreren Filmen, darunter Sonnenallee und Angst ist Seele auf. Seit dem Jahre 2000 ist Samja Osman freischaffentätig. Sein Hauptwohnsitz ist in Berlin. 2011 gründete er die Schauspielagentur Osman, Bühnen und Filmrollen, Film 1998, Ostwärts, 1998, Sonnenalle, 1999, Nick Knatterton, 2000, Die heimlichen Blicke des Mörders, 2001, Zwei Engel auf Streife, 2001, Alarm für Cobra 11, Die Autobahnpolizei, 2002, Angst ist Seele auf. 2002, Erste Ehe, 2002, Packen für Palästina, 2003, Wenn Schweine sterben, 2003, Couscous, 2004, Igor, 2009, Der Verlust des Planeten, 2009, Überlebensstrategien für das neue Jahrtausend, 2010, Weißestadt, 2010, Hotel Luxe, Theater 1997, 1997, Vater Mord, Regie, Uwe der AG Berlin, Schauspielhaus Bochum, 1997, Nachhause, Regie, Lore Stefanok, Maxim Gorki, Theater Berlin, 1997, Victor, Regie, Michael Keller, Bad Studio Theater Berlin, 1998, Groß und Klein, Regie, Christina Paulhofer, Schauspielhaus Bochum, 1998, 1998, Der zerbrochene Krug, Regie, Die Mitter Goschew, Schauspielhaus Bochum, 1998, Geschlossene Gesellschaft, Regie, Christoph Gosepeth, Schauspielhaus Bochum, 1999, Die Drei Groschenoper, Regie, Leander Hausmann, Schauspielhaus Bochum, 1999, 1999, Der Zauberer von OZ, Regie, Inga Helfrich, Schauspielhaus Bochum, 1999, Roberto Zucco, Regie, Christina Paulhofer, Schauspielhaus Bochum, 2000, Anatomie Titus Fall auf Rom, Regie, Hannes Hamidner, Volksbühne Berlin, 2000, Optimistische Tragödie, Regie, Uwe der AG Berlin, Schauspielhaus Bochum, 2000, Mars für Mars, Regie, Leander Hausmann, Schauspielhaus Bochum, 2002, König Lier, Regie, Thorsten Lensing, Sofienseele Berlin, 2003, Häuptling Abendwind, Regie, Thorsten Lensing, Sofienseele Berlin, 2009, Ozean, Regie, Frank Kassdorf, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz Berlin,